Elder Scrolls Online, wie ein Einzelspieler Rollenspiel spielen, geht das überhaupt und wenn ja, wie? In diesem Video schauen wir uns diverse Einstellungsmöglichkeiten im Spiel an, nützliche Add-ons an, wir schauen uns ein paar Tipps zum Character Build an und ich zeige euch ein kleines Tool, welches das Spiel grafisch in das Jahr 2021 befördert. Und hiermit herzlich willkommen zu Pavel, dem Channel über Rollenspiele und MMOs. Stichwort MMO, Elder Scrolls Online ist ein MMO und das steht schon mal fest. Das Ziel in einem MMO ist es, gemeinsame Abenteuer zu leben und diese auch im späteren Spiel mit einem höheren Schwierigkeitsgrad zu meistern. Deshalb konfigurieren sich viele Spieler ihr Spiel so, dass sie sehr viele Informationen auf dem Bildschirm gleichzeitig dargestellt bekommen, um die bestmögliche Leistung zu erbringen. Es entsteht also ein überladenes Effektfeuerwerk mit dutzenden, dutzenden Informationsfenstern und Zahlen, die für diese Art von Spiel natürlich gut und richtig sind, aber eben nicht, um eine entschleunigte Einzelspieler- und Rollenspielerfahrung zu haben. ESO kann nämlich auch das. Es kann eine schöne, entschleunigte, immersive Einzelspieler-Erfahrung bieten und hierfür gibt es genau meine Handlungsempfehlung. Viele Dinge lassen sich nämlich schon direkt out of the box in den Einstellungen des Spiels konfigurieren. Je nachdem, wie tief ihr in das Spiel eintauchen könnt, könnt ihr in den verschiedenen Unterpunkten des Menüs Spielablauf, Oberfläche und Kampf viele Informationen direkt ausblenden. Dazu gehören zum Beispiel die farbigen Flächeneffekte, die Gegner auf euch wirken oder wenn ihr Flächeneffekte auf dem Boden wirkt. Dazu gehören Quest-Informationen, dazu gehören Einkommende und ausgehende Schadenszahlen und Zustände, die auf euch oder auf den Gegnern wirken. Außerdem könnt ihr eure Aktionsleiste ausblenden und für die ganz hart gesottenen Survival-Freaks gibt es sogar die Möglichkeit, die Attributsleisten ganz zu deaktivieren. Hiermit sind die Mana, Lebens- und Ausdauerbalken gemeint. Somit muss sich also der findige Survival-Spieler ganz auf den rot eingefärbten Bildschirmeffekt verlassen, wenn seine Spielfigur langsam das Zeitliche segnet. Nicht zuletzt solltet ihr natürlich für die volle immersive Dröhnung die Kamera in die Ego-Perspektive stellen und auch die angezeigten Namen von Spielern und von NPCs deaktivieren. So kommt natürlich erst richtig das echte Skyrim-Feeling auf. Der nächste Schritt an Immersion kann durch die Installation weiterer zusätzlicher Add-ons erreicht werden. Hierfür brauchen wir das Programm Minion, welches wir kostenfrei beim Entwickler herunterladen können. Minion ist neben Curse ein Programm zur Verwaltung von Add-ons bei verschiedenen Rollenspielen. So auch für Elder Scrolls Online. Dort müsst ihr lediglich den Installationspfad von Elder Scrolls Online angeben und das Add-on Verzeichnis von eurem Spiel auswendig machen. Das befindet sich in der Regel in eurem Benutzerverzeichnis unter Dokumente und Elder Scrolls Online-Live-Add-ons. Mit folgenden Add-ons könnt ihr eure Einzelspieler-Rollenspielerfahrung deutlich in die Höhe treiben. Der Add-on Selector erlaubt es euch zwischen vorgefertigten Templates an installierten Add-ons auswählen. So könnt ihr zum Beispiel schnell zwischen eurem Singleplayer-Rollenspiel-Modus und dem MMO-High-End-Raid-Modus hin und her wechseln, was ziemlich praktisch ist, wenn man zwei verschiedene Spielarten spielen möchte. Mit Alpha-Gear 2 wechseln wir durch selbst erstellte Vorlagen unsere Ausrüstung und aktive Fähigkeiten. Auch das hilft beim schnellen Wechseln zwischen dem MMO-Modus und dem Einzelspieler-Modus. Mit Bandits User Interface kriegen wir ein Add-on, womit wir viele Oberflächenelemente ein- oder ausblenden können. Das ist insbesondere von Vorteil, wenn wir das User Interface minimalistisch gestalten wollen und viele Anzeigeelemente ausblenden wollen. Clock 2.0 ist für die hartgesottenen Thumbreal-Kundigen unter uns. Wer sich mit der Thumbreal-Zeitrechnung auskennt, der wird mit Clock 2.0 die aktuelle Thumbreal-Zeit eingeblendet bekommen. Ein schönes Rollenspielelement, wie ich finde. Weiter geht es mit Harvins Quest Journal, welches uns die aktuell ausgewählte Quest anhand eines klassischen Tagebucheintrages darstellt. Sieht ganz schick aus und hilft auch dem Rollenspiel. Ein für mich sehr wichtiges Add-on ist das Slow Dialogues, welches die Texte der NPCs bei NPC-Dialogen nur Stück für Stück einblendet und nicht den ganzen Text auf einmal. Das hilft mir dabei, geduldig zu bleiben und die NPCs aussprechen zu lassen, ohne schnell, schnell, schnell mich durch die Quest-Texte durchzuklicken. Sehr wertvoll für mich und er zieht mich so ein Stück weit zum entschleunigten Spiel. Weiter geht es mit Morrowind, Oblivion oder der Skyrim-Style-UI. Leider fehlen hier die deutschen Sonderzeichen, sodass die Schriftarten in den Texten fehlerhaft sind bei deutschen Sonderzeichen. Aber wer Lust hat, das klassische Skyrim oder Oblivion oder Morrowind-User-Interface-Gefühl zu haben, der ist mit diesem Interface oder mit diesem Add-on sicherlich gut beraten. Wenn ihr dann noch zusätzlich das Spiel auf Englisch spielt, dann könnt ihr die fehlenden Sonderzeichen in der deutschen Sprachausgabe natürlich umgehen. In der Welt, auf der Weltkarte und im Kompass werden im Spiel verschiedene Dinge angezeigt. Wer also zum Beispiel keine Quest-Brotkrumen bzw. Marker haben möchte und sich die Quest-Ziele selbst erarbeiten möchte, der kann mit dem Add-on Pinkiller diese entfernen. Damit wir noch tiefer in das Spielgefühl eintauchen, können wir mit True Exploration den sogenannten Fog of War aktivieren. Das heißt, die ganze Weltkarte ist zunächst verdeckt und wir müssen die Areale dementsprechend freilaufen, erkunden, damit wir diese auf der Weltkarte auch einsehen können. Das steigert natürlich den Erkundungsdrang. Mit Wotens Darker Nights werden Nächte so, wie sie sein sollten. Und zwar dunkel. Und mit Wotens Searchbox kriegen wir ein kleines Add-on, welches uns ein Suchfenster in unserem Inventar eröffnet, womit wir schneller durch unsere Ausrüstung und Gegenstände suchen können. Nicht zuletzt Wicked Full Immersion oder Wicked Full Immersion. Damit können wir nochmals weitere Elemente im Spiel ausblenden. Das ist eine Auswahl meiner Add-ons, die ich gerade nutze. Für die extreme Rollenspiel-Erfahrung gibt es noch weitere Add-ons, wie zum Beispiel Lovely Emotes, Idle Animations oder Immersive Interactions, die die Aspekte des Rollenspiels noch weiter schärfen. Schaut euch einfach bei Minion um und konfiguriert euch euer Elder Scrolls Online, so wie es für euch passt. Kommen wir zu den Builds. In ESO jagen wir gerade im Endgame Ausrüstungssets hinterher, die uns in richtiger Kombination schon ziemlich mächtig werden lassen, womit wir den Otto-Normal-Widersacher einfach so umkloppen. Außerdem steigen wir ab der Maximalstufe im Champions-System auf, welches uns Champions-Punkte zur Verfügung stellt und durch den Einsatz dieser Punkte werden wir nochmals stärker. Für echte Progress-Endgame-Spieler ist das auch gut so. Aber gerade wenn es darum geht, eine ausbalancierte und fordernde Einzelspieler-Erfahrung zu haben, dem würde ich davon abraten, die High-End-Ausrüstung und aktuelle Meta-Builds zu spielen. Ich würde sogar dazu tendieren, nur Ausrüstung auszuwählen, die bis zur Seltenheitsstufe blau sind, um nicht einfach den Schwierigkeitsgrad in den Keller zu jagen, sodass wir einfach nur Gegner mit dem Hintern angucken müssen und diese dann tot umfallen. Und zuletzt habe ich natürlich auch noch ein Tool versprochen, welches die Grafik unseres Spiels in das Jahr 2021 hebt. Da mir der Farbton des Grundspiels ein bisschen matschig und leblos wirkt, habe ich mich persönlich dazu entschieden, ein kleines Hilfsmittel zu installieren, damit die Farben und Texturen durch angepasste Shader besser zur Geltung kommen. An dieser Stelle eine kleine Warnung, ich konnte keine offizielle Aussage seitens Zenimax finden, die uns Spielern das Nutzen dieser Tools erlaubt, da wir damit durchaus DLLs oder Programmbibliotheken des Quellcodes ersetzen und dadurch erst die Grafikveränderung möglich machen. Also, wer das nutzen möchte, bitte auf eigene Gefahr. Die Rede ist vom Tool Reshade und den Shadern Need Perfection Enhanced Edition. Ich verlinke die Shader und das Tool in der Videobeschreibung. Sobald alles richtig eingerichtet ist, könnt ihr mit F11 bequem das Tool an- und ausschalten. So sieht Elder Scrolls Online endlich wieder zeitgemäß aus. Und mir persönlich geht es häufig so, dass ich mich vielerorts einfach ertappt fühle, die schöne Gegend und die schöne Beleuchtung zu bewundern. Das Zusammenspiel der Einstellungen, der Add-ons, des Builds und der Grafikshader ermöglicht es, eine sehr, sehr tolle, immersive Einzelspieler-Erfahrung in Elder Scrolls Online zu haben. Natürlich laufen in einem MMO noch andere Spieler rum, die hin und wieder die Immersion brechen können, indem sie mit irgendwelchen Schweinskostümen oder Einhornskostümen durch die Gegend laufen. Wer aber darüber hinwegsehen kann, der wird mit diesen Einstellungsmöglichkeiten doch ein wunderschön erschleunigtes Skyrim-Singleplayer-Rollenspiel erleben. Und das ist doch, was wir Rollenspiel-Fans doch alle mögen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch diese Art Singleplayer-Erfahrung mit Elder Scrolls Online gemacht habt, dann teilt doch diese Erfahrung sehr gerne in der Kommentarspalte. Lasst super, super gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal. Dieser Kanal widmet sich Rollenspielen und MMOs im Speziellen. Und ich freue mich über jeden Follower bei Follow Pavel. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank.